Der 29.02.2016, 29.02.2016, war ein Schaltjahr, fangen wir nochmal an, ist klar. So, alle vier Jahre Videoclip, weil ab einem gewissen Alter sollte man ja sich der elektronischen Diabetes nicht mehr hingeben. Mit dem Wahn, dem digitalen Wahn, dem Mark Zuckerberg bei Facebook, das ist schon alles mehr wie ein Virus, das ist schon schlimm genug. Ja, meiner Einer muss sich jetzt halt verabschieden, muss nun zu den Senioren, weil ab 60 habe ich bei YouTube nichts mehr verloren. Ja, damit habe ich mir gedacht, wenn der Cabrio am 29.02.2016 seinen ersten Oscar bekommen hat und alle sich freuen, dass der Film selbst nicht Oscar bekommen hat, sondern die Ex-Maschine, die Ex-Maschine, super Effekte etc. pp. hat einen Oscar bekommen. Alles super toll. In der Welt der Medien bin ich nun mal zu Hause seit vor und nach, also vor 1990 und nach 1945. Also ich hatte das große Glück, 45 Jahre dabei gewesen zu sein. Ich hatte das große Glück, die Pixelfäter der Monsterindustrie, der heutigen Monsterindustrie nach 1990, Dankeschön zu sagen, ja, dieses Pingpong am, ne, und es hat viel, viel Spaß gemacht dabei gewesen zu sein. Der Anfang der elektronischen, digitalen Welt hat riesen Spaß gemacht. Spaß ohne Ende. Die ersten Fernsehsendungen auf 98,5 Digital Astra haben riesen Spaß gemacht. Du bist TV, Uprom TV. Riesenspaß. Es hat richtig viel, viel Spaß gemacht. Ja, nun, als alter Mann muss ich nun gehen, weil ich, wie gesagt, bei YouTube nichts mehr verloren habe. Also, darum werde ich alle vier Jahre mal wieder einen Videoclip machen. Meine Schalmei hat mich gerade, habe ich gerade gehört, weil ich bin ja auch nun mal elektronisch, ich bin aber nicht verseucht. Nein, nein, ich bin elektronisch gebunden, weil das hier ist ja eine elektronische Tante Emma. Eine elektronische Tante Emma mit 100% Dienstleistung. Bei uns kriegt man Sammelfiguren, Digital, Film, Foto, Produktionen, Herstellungen und, und, und. Ja, gestern hatte ich einen Auftrag unter Super VHS zu digitalisieren, aber das Super VHS Gerät hat sich verabschiedet. Es war einmal Super 8, dann kam High 8, V8, Betamax, dann kam VHS, Super VHS und jetzt haben wir die Chip-Technologie. Ja, Chips, alles auf Chips in HD und in 4K. Hurra, hurra. Nur ich bin zu alt für den ganzen Quatsch. Die Jugend macht es jetzt. Ja, und deswegen bedanke ich mich total recht herzlich bei den 1 bis 5, die sich solche Videoclips anschauen und auch alles verstanden haben, was ich da so in diese Kamera hineingesprochen habe. Ich trinke mir jetzt ein Döbbel-Kakao, Döbbel-Werbung mal. Heutzutage haben wir uns mal Werbung mal, um Geld zu verdienen. Ja, ich trinke also Döbbel-Kakao und bevor der kalt wird, höre ich auch mit diesen Videoclips. Wie gesagt, wir haben ein Schaltjahr, 29.02.2016. In 4 Jahren mache ich wieder einen Videoclip, am 29.02.2020. Da bin ich aber schon 64, dann 72, dann 76, dann 80. Oh, wie ich merke schon, wie schnell das geht. Da trinke ich mir lieber noch einen Döbbel-Kakao. Ein Döbbel-Kakao. Ein Döbbel-Kakao. Da also sehr viele Künstler nicht mehr da, und da zu viele Pseudokünstler hier anwesend waren, lasse ich das Ganze. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich mag keine Pseudokünstler mehr. Da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich mache jetzt den Laden auf, die elektronische Tante Emma, werde mein Schild ausrichten. Und den 29.02.2016, ein Gedenken vom Oscar und DiCaprio. Nein, DiCaprio hat einen Oscar. Ja, und dann habe ich mir die Ex-Maschine natürlich auf Blu-Ray bestellt. Ich habe aber auch keinen Mord von der Stange mir besorgt. Kein Mord von 19 mit James Coburn, damals in den Hatt, und Andrew Drekker, oder so ähnlich. Wenn ich euch vorstelle, also so einen Videoclip mache ich noch. Ich stelle mir mal vor, was ich mir so geholt habe. Wie gesagt, die wenige, die dieses hier gucken, ich bedanke mich nochmal an die 6,8 Millionen Zuschauer. Also, nach 1945, vor 1990, die also 6,8 Millionen Zuschauer, auf 98,5 Digital Astra. Ihr wart ja mal da, habt ja geguckt, gibt es ja alles nicht mehr. Wir haben alles eingestellt, wir haben alles eingestellt, und es war einmal eine schöne Zeit. Und wenn es eine schöne Zeit gewesen ist, sollte man abdanken. Mit 60 habe ich bei YouTube nichts mehr zu tun. Wie gesagt, ich mache jetzt nochmal Werbung für Döbel. Döbel, Kakao, ah, herrlich. Ja, dann bin ich auch schon weg. Der 29.02.2016, Oskarnacht, hat was gebracht. Ja, in 4 Jahren sehen wir uns wieder. Mal gucken, wie ich dann aussehe. 64, boah, ist mir jetzt schon schlecht. Aber egal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wie gesagt, Facebook ist eine elektronische Diabetes. Facebook ist zu viel Zuckerbörsch, ist klar. Macht krank, macht dumm. Da habe ich keinen Bock auch mehr drauf. Also ich muss mich reichlich zurückziehen jetzt ab 1. März 2016. Weil Fernsehen, äh. Facebook, äh. Internet, äh, äh. Wisst ihr, das ganze Digital ist mehr was für ein Klo. Ja, analog gefiel mir irgendwie besser. Analog mit dem Digital-Wandeln. Ja, ich war analog mit ganz viel und wir haben digital gewandelt. Monster Pixel, C64, Atari, Amiga, Pentium. Ach komm, vergessen wir es. Ist vorbei. Ihr seid jetzt am Start. Ihr macht am Tag 1.500 Euro, 30.000 im Monat. Ihr seid jung, zwischen 15 und 35. Ihr seid die Y-Generation, die Y-Gesellschaft, die uns hier einen vormacht. Aber, meine lieben Freunde, wenn ihr hier analog antankt, erzählt mir aber nicht was von der Welt. Ich war dabei, ja. Und, äh, die Welt sieht ganz anders aus. Vor allen Dingen analog. Ne? Was ihr digital da konzipiert, ist eure Sache. Ich klaue euch den Strom, ist digital weg. Aber ich analog bin immer noch da. Und, äh, die Welt sieht ganz anders aus.